Was geht ab, Freunde? Bis zum nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Weekend League Zusammenschnitt. Aber heute gibt es nur ein Spiel und zwar gegen den Top 100 Spieler. Chillzone ist ein Besiktas-E-Spotler, soweit ich gesehen habe. Aber auf jeden Fall auch in der Top 100 vorletzte Woche 30-0 geholt. Und ich musste gegen ihn in die Weekend League ran. Und ja, würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, würde ich mich sehr gerne mit einem Abo freuen. Road to 5K, ihr wisst Bescheid. Glocke an, würde ich mich auch sehr gerne freuen. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe ein Full-Icon. Was darfst du denn, Alter? Musst du doch jetzt kommen. Black Eagle! Ich komme beim Junge als Brüder. Das ist Glück, Alter. Doch. Foot-Bit. Nein, Foot-Bit. W-I-Z. Text-Up. Musik Musik Also, hier ist es noch ein Jay Gig feliz. Macht ein Check vom Garten. Tschüss. Ja. Jo, tschüss an die Zoll. Oh mein Gott, Junge. Leck mich am Arsch! Platz 91 Bist mal live dabei gegen Top 100 Gegner Boah! Wenn du da oben von Ravel Da wirst du dich nur ärgern Ob du nicht reingemacht hast Na man Yes Junge Bin jeder Junge Let's go Komm wieder Schnell offensiv Abseitsfalle Let's go Gut Alles oder nichts Jetzt halt Entschuldigung Hängen Ach du mal Alter Aber wenn man so ein Einwechselspiel hat Ach du mal Alter Schiss zu haben Lächerlich Schiss zu haben Lächerlich Was macht der Was macht der Ich schwöre Was macht der Der hat so die ganze Zeit vernünftig gespielt Ne Jetzt hab ich dir das nicht verliebt Gewonnen Anker 100 Chillson Chillson Das eine 2-1 Wär okay gewesen Weil der ein Tor da mit Ronaldo gemacht hat Ne Aber das 3-1 Muss mir nicht sein Aber der hat auch den Regen gefasst Oder Ja Ach Ach Ach